Statt eines neuen Fotoworks. Ich habe mir mal ein anderes Objektiv ausgeliehen. Statt meines Kitt-Objektivs. Das 16 bis 80 von Nikor. Ich werde heute die Bilder mal drauf machen und mal vergleichen mit den Bildern, die ich vorher mit dem Kitt gemacht habe. Ich bin mal gespannt auf den Vergleich. Ihr werdet die Bilder dann sehen. Musik 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 große Schlechner, die wir Daten nicht fixieren.